Moinsen, alles geht's, klar und so, ich hoffe doch. Ein... So, spielen wir mal heute mit der hier. Hoppla. Na, also, ich sehe nur kill all, everyone. Did you see it? You see it? Da ist gerade jemand gestorben. Von wo? Links, rechts, oben, geradeaus, unten. Ah, verdammt. Warum die immer so eine orangene Waffe haben? Äh, jetzt. Knife. Das ist ein Messer, Alter. Hä, fuck! Weil die haben gewusst, dass ich da oben bin. Haben mich ja gesehen, aber drei Leute, da habe ich Assist. Keine Chance. Oder nicht wirklich viel. Den hat er gerade umgenietet. Ah, Mann! Die ganze Zeit hinter mir und ich habe es nicht gemerkt. Leck mich. Durchwerfen. Hier stehen sie auch ganz gerne. Ich kann einfach kein COD. Merkt es. Ich spiele es ja nur aus Fun. Trotzdem regt es mich auf. Schade. Mann! Hätte deine Mutter sich nicht so billig verkauft, wärst du nie geboren worden, du Spatten. Habe ich nicht gesagt, ne? Doch, habe ich. Komm schon. Vorhin laufen zwei. Mit dem Radar. Wenn ich jetzt komme, kommen die auch? Fuck. Ich muss doch die anderen nehmen. Ich kann besser doch mit dem MG umgehen. Und nicht mit dem Sturmgewehr. Super. Ey, das war meiner. Drohne nähert sich. Ich sollte mal nachladen. Ne, da gehe ich nicht rein. Ich sollte mal nachladen. Ne, da gehe ich nicht rein. Nein! Wir verlieren diesen Garten. Hm. Ah, das ist Pro Gaming vom Feinsten, Leute. Leck mich mit deinem Scheiß-Assist. Was? Der kommt doch. Ich weiß es. Ja! Zu spät gesehen. Puh! Echt? Witz? Ja, aber ganz knapp nur. Wo sind sie? Keine auf dem Radar. Fuck! Nerv! Ah, ich kann mich nur konzentrieren. Ich spiele schon 6 Stunden. Da ist die Konzentration natürlich weg. Oder so gut wie weg. Schade. Keine Ahnung von wem der erschossen wurde. Das war so klar, da waren 4 Leute. Was soll ich da machen? Soja, solange es nicht unsere... Jawoll! Der hat gesessen. 22 Schuss nur. Ich hoffe, das reicht. Eigentlich ja, wenn ich mich nicht zu dumm instelle. Gut. Puh! Wann hätte ich den erkennen sollen? War hier nicht eben noch einer? Ah, da ist er. Ah! Diese Agro, Leute. Nerv! Ah! Ich glaube, ich mach da nochmal ne Pause. Ich kann nicht mehr. Ja. Fuck! Dieser Scheiß-Sniper. Ich hasse die Leute, die da mit dem Messer rum eiern. Ich mag es nicht. Sie nicht. Näh. Gut. Wenigens haben wir gesiegt. Ah! Gott, nur 2 Folgen COD. Hm. Oh. Ich bin gut. Scheiße. Okay. Ich fang da mal an zu rendern. Ich hab nen Arsch voll zu rendern, wie ich auf meinem Bildschirm hier sehe. Und... Ja. Mal schauen. Was uns... Oh, noch erwartet. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Ja, wir sehen uns dann wieder los. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder an das in das in das in das in das in das Lpa vor gefällt. Vielen Dank.